ich würde mal sagen wir gehen da rein oder so jetzt nutzen so und jetzt ich lege schon mal los mit dreimal ja wir haben uns einmal gebraucht ach du scheiße was war das ne das ist der abgrund hätte ich nur ein loch ach du scheiße schnell weg hier andere tränke brauchen das ding feuert immer in unsere richtung kann ich den irgendwie da auslocken den kollegen ouch das bedienten typen der bedient das sehe ich gerade da muss ich schneller sein for real ernsthaft ach man marikus pfeil 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 respawn pfeil das war chichi Lass mich raken. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Also warte mal, Pferd rufen, durchsteppen, geht nicht, der Typ ist schneller. Autsch, ey, Junge. So. Geben wir meine verkeckten Runen wieder. Das ist ein Ort der Gnade. Ähm, falsche Flasche getrunken, geil. So. Und jetzt. Nein, komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ey, komm schon. Junge. Walsche Flasche. So, Soldatenhelm gekriegt. Geil, haben wir geschafft. Okay, es ist machbar. Das war für mich wichtig, Halbinsel der Tränen. Gnade berühren, wir sind ein Stück weitergekommen. Nice, 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 nice. Ort der Gnade rasten. Ähm, wir haben noch nicht genug. Nicht genug und Golden Wizard, also warte mal. Kann ich was Neues herstellen, was mir vielleicht irgendwas bringt? Wird kurz hier das Sinn gegen Feuerschaden. Das ist wichtig für den Drachen. Geschnitzt, findet man durch die Jagd. Ähm, Knochenpfeile. Ich stelle mal welche her. Um dann zu prüfen, ähm, Ausrüstung. Ich habe Pfeile. Und wenn ich Pfeile habe, dann kann ich umschalten, irgendwie was ausrüsten noch. Ach so. Geil. Kann ich das auch herstellen? Ja, kann ich. Dünne Bäschenknochen, geil. Sauber. Sind wir hier ein Stück weitergekommen. Cool. Was wartet auf mich hier? Das ist eine Dame, mit der ich reden kann. Hallo. Ist jemand da? Könnte ich dein Eier für einen Moment, bitte? Mein Name ist Irina. Ich habe aus dem Kastel Moran zu den Süden. Die Servanten da sind verbeult. Ich bin nicht sicher, was es ist. Mein Augenblick hat sich nicht so schwer, seit der Geburt. Sie sehen? Aber ich versuche, ich habe höre, furchtbarer Häusern von überall. Mein guter Vater hat mich aus dem Kastel. Aber er hat sich selbst entschieden, zu bleiben. Er sagt, dass es seine Aufgabe ist. Als Kommandante. Okay. Irina's Brief. Okay. Monorschlossora. Okay, und wo ist das Schloss? Sturmt war. Wollen wir das vielleicht schon entdeckt? Nee. Im Süden, hat sie gesagt. Wir gehen Richtung Süden. Steppen wir einfach mal hier durch. Ah, ein Troll. Ja, cool. Kümmern wir uns um den. Aber zuerst um die Schnarchnase hier. Und jetzt um dich. Der ist stark. Es kommt hier gleich ein paar Sachen auf uns zu. Und jetzt um die Schmerzen. Das ist ein paar Sachen. Und jetzt um die Schmerzen. Und jetzt um die Schmerzen. so geschafft aber um sehr hohen preis um einen sehr sehr hohen preis haben es geschafft das seien die viecher hier die leben noch die machen schon damage der muss sitzen hat gesessen was ist denn hier los wir haben keinen mauner mehr Kriegen auch keins Rässliche Viecher jetzt haben wir welches gekriegt Könnte es sein, dass hier noch irgendwo was ist Morgenstern Wie stark sind die wohl? Ich finde was raus Nicht stark Aber sie nerven Das ist der Boss von denen Trinken, trinken, trinken Schmiedstein, zwei Stück Geil Goldene Rune Ja auch nicht schlecht 4400 haben wir jetzt Hier vorne Hier vorne Ich weiß nicht ob es intelligent ist irgendwo hier Eine Gnade zu finden Ich denke schon Warum kann ich den nicht so wirklich schlagen? Mächtiger Schuss Okay Cool Nice Das sieht mir ein bisschen zu ruhig aus hier 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 sind wieder solche Hyänenviecher Auf die habe ich irgendwie nicht so Bock Aber hier wird mir irgendwas markiert Vielleicht muss ich doch da Eins Zwei Tod Tod Dünne Bestienknochen Eins Zwei Tod Eins Zwei Tod Eins Zwei Zwei Ja man kennt das Spiel Ja man kennt das Spiel Trinas Lile Was auch immer mir das bringt Ah Moskito Komm schon Da sind noch mehr Fächer Ah da ist es Nice Gnade berühren Stufenaufstieg Jetzt können wir wieder was machen Was bringt uns eigentlich der Glaube? Ähm Stärke Ja Wir müssten mal schauen was uns der Glaube bringt Aber wo finde ich das raus? Steht das wohl hier irgendwo? Ich hab das Gefühl Nö Können wir nicht lesen oder? Ja Bricht ein Wichtsegel an Statuen, hm? Wir haben nur Keck hier Über Über das Vernichten Über Ähm Über die Objekte Über Materialien Über Flaschen Über das Herbeirufen Andere Spielen Über die Objekte Über die Objekte Über die Objekte des Objekten das herbeirufen zu sehen an diesen ordnen wird euch leicht fahren andere spieler beizurufen die erst einmal richtig gut ok 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 da würden wir aber in die andere richtung gehen müssen sie natürlich die monster wieder zurück aber das sollte mich nicht jucken da könnten magier sein